Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel Bollby und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Street Fighter 4, die Arcade Edition. Immer noch der Wix Ninjas und neben Ibuki, immer noch. Wir sind gerade im Kampf gegen Seth und ja, dem machen wir jetzt klappt. Irgendwann in diesem Tag werden wir ihn schon platt kriegen. Letzten Gegner haben wir alle weggefegt, als wäre das nichts. Jetzt kommt Seth und Fassad und Situor. Auf leicht. Ich kann mir gar nicht hier richtig den Sieg hier, den kann ich noch gar nicht genießen. Ich wollte springen und das hier machen. Im Sprung. Ja, selbst wenn ich jetzt gewinne, ist gar nicht so befriedigend, würde ich sagen. Sack, jawoll. Sprü, krass. Sack. Ich mag den angefolgt. Aua. Sack. So langsam warst du, ne? Boah, ich habe immer noch Probleme hier. Meine Pulse sind so einzusetzen. Aber egal. Geklappt. Und... Fackbisse. Wollte ich auch sagen. So, jetzt wieder das Gleiche. Nur, dass ich nicht mal verliere. Okay, schon mal gut. Ganz vorsichtig. Baaah. Aua, ich konnte eigentlich Konter. Boah, mach du halt nicht. Nein. Das wäre nicht wieder zu überheblich. Ich, meine ich mich. Ah. Jawoll. Boah, er läuft. Was hast du gemacht? Ah. Aua. Was hat der gemacht? Ich bin verwirrt. So, komm her. Wo bist du? Zack. Nein. Ich glaube, zack. Nein. Ich glaube, zack. Gibt's auch nicht. Nein. Ich hatte doch schon so gut wie gewonnen. So, komm her. Boah, bist du? Äh, Mann. Zeph. Erledigt. Jawoll. Ah, schön. Oh nein, ich komme zu spät. Ich muss zurück. Boah, erster Kampf direkt. Boah. Was soll ich denn jetzt mit der Rest der Zeit machen? Warum hast du keine pinken Kampen? Nein. Egal. Ich bin schon wieder weg. Ich bin schon wieder weg. Wow. Ich bin schon wieder aufgerissen. Oh, okay. Die Moral von der Geschichte. Gehe nicht auf Männersuche und vernachlässigen nicht ein Training. Ja, das haben wir alles schon mal gesehen. Kann ich das? Danke. Game over. Du kannst mich mal. War schon vorher aus? Oh, ich bin schon wieder aufgerissen. In den Schatz wurde ein neuer Tier hinzugefügt. Ja, ich habe auch leicht gewonnen. Da befriere ich mich nicht. Ich glaube mal, bloß nicht, dass ich jetzt noch mal einbeginnige. Eine Arcade-Runde. Warte mal, noch für alles. Daraus war, warum ist das denn? Hören Sie in diesem Modus Kombos und Moves laut Anweisungen aus dem Technik zum Meister und ihre Fähigkeiten zu verhindern. Car-Quash. Äh, da, 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 da. Okay. Äh, machen wir mal Trial. Der Trial-Modus ist nicht mit kompatibler Spiel. Wechselt vorübergehend zur Originalversion von Street Fighter 4. Okay. Na gut. Und jetzt, für jeden, für jede Technik, wie ein Kampf machen. Okay, keine Ahnung. Mal gucken. Hallo. Haha, der, der angezogen ist. Zur nächsten Stufe. Das magst du nicht, ja. Ist das hier. Okay, ich wollte schon sagen. Jetzt immer einen direkt, naja, komm. Nächste Stufe. Schau, du kennst. Okay. Oh, machen wir das einfach. Schien, 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 Kouadouken. Okay. Äh. Ich weiß, dass, äh. Ich dachte, er sagt immer Schienbruch. Adoken. Das habe ich mal so ein Glücksspiel. Entweder setze ich diese Attacke oder, äh, Schauyuken ein. Mezzo Adoken. Das heißt, die Ultimate. Hm. Ja, ich kann das. Ich hoffe, es war nicht im Kampf hier einzusetzen, aber hier kann ich's. Ich werde so schulkeln. Oh, ich liebe diese Attacke, die auf meinem Training ist. So geil aus. Sieht so, genau so schmerzhaft aus, die Attacke. Minat von Zanghi. So. Oh Gott, was? Äh. 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 Was soll ich denn machen? Was soll ich denn machen? Äh. Äh. So. Wie soll ich denn das machen? Äh. 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 haben es geschafft schädlich so war wir sollten das machen er macht die zwei schläge hintereinander weil der block der ganze zeit irgendwie keine ahnung hocken dann nach vorne und dann noch mal und keine ahnung doch so schnell ich kann überhaupt der richtigen ich habe es geschafft da jetzt war es doch mein Gott auf zu blocken so ist er überhaupt der Richtige ich verstehe gar nicht wie das zu funktionieren soll da war es doch wo ist der heavy so ich weiß es ist bestimmt ein bisschen schmerzhaften wir beim spielen zu sehen aber steuerung als mittlerer schlag hat das schlag hat er tritt so schnell ich kann man verstehe doch nicht wie soll das funktionieren verdammt wie soll denn das gehen danke also voll ein glücksspiel ja 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 warte mal mein gott das war natürlich unglaublich spannend mir beim training jetzt zu sehen so dann noch hocken boah wer soll man das denn machen wenn er die ganze Zeit am blocken ist mal gibt es echt leute die solche kombos benutzen erst mal ganz langsamer na ich muss mich ducken so da war es doch mal verdammt mal scheiße mal mal für ein timing muss man hier haben da war es doch man mal 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 da war es doch mal mal zu sagen ob es immer war echt leute die solche kommen muss hier auf reihe bringen sowohl nicht zu fassen soll ich noch die letzten zehn minuten machen also voll langweilig hier zu trinken mein gott war ich drücke doch ich drücke doch man ich drücke doch das hier jetzt hat er geklappt mann nein ja ihr könnt eigentlich schon längst abschalten hier gibt es nicht mehr spannendes zu sehen selbst wenn ich dann irgendwas schaffe ist ein kombo werde ich noch nie im leben einsetzen genau solche kommen und sich nie im leben einsetzen bei so kampfspielen dead or alive oder dem wir auch so kranke dinge hier attacken ist das aller schlimmsten ich möchte wenigstens diese stufe erschaffen das gibt es noch nicht verzweiflung macht sich breit extra extra ok was warum mein ich möchte das noch schaffen schlimmer kann es ja nicht kommen war ich noch mal ähnlich zu stunden als nächstes springen tritt das geht doch gar nicht springen boah springen das geht doch so ratte das geht doch so hocken mein gott ich drückt doch mein gott ich drückt hat doch mein gott wie genau muss man denn hier so krank 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 machen dann geht es irgendwie beim ersten versuch das geht doch jetzt geht das das geht doch jetzt geht das das geht doch jetzt geht das man muss das hier von so machen nein dann sowas also ok so eine ok äh ok ja sag doch alle krank ne 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 Ich weiß gar nicht warum ich hier überhaupt noch aufnehme. Ich fühle mich wie Bernd das. Oh, der könnte eigentlich was anderes gucken. Nein! Ah, es ist doch sowas schon. Warte. Super, der Dings eingesetzt. Der war doch, mein Gott. Der ist doch dumm. Boah, ich beende den Part hier, wird mir langsam auch zu langweilig. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Street Fighter 4. Ich bedanke mich herzlich für's Zuschauen und sage Tschüss. 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 Tschüss.